Wenn gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Und damit, hallo und herzlich willkommen, zurück bei Portal 2, zusammen mit dem Simon. Hallo. Ich bin schon voll dabei, Junge. Oh, das ist jetzt schnell Rennen, Zeug, oder? Ja, das ist voll cool. Lass mich jetzt mal. Und? Easy. Ah, wir brauchen aber noch irgendwas. Wir müssen irgendwas mitnehmen. Warte kurz, hier ist noch ein Clip hier. Du musst ganz flott rennen und den auffangen. Ja, ja. Okay, 3, 2, und los. Ich muss zu früh rennen. Ich muss früher losrennen. Ich muss zu früh rennen, ja genau. Oh, obla. Äh, what did you do? Nichts, ne. Wollt's niemand zum Spielen haben? 3, 2, 1, go. Oh, jetzt war's zu spät. Und? Feuer! Hä? Du zähl. Ich bin jetzt hier an der Ecke von dem Ding hängen geblieben. 2, 1, feuer! Ja, wie geht denn? Mein Gott, sind wir gut. Wir sind so gut. Wir sind gut. Boah! Wiii! Und dein fucking Ernst. Du musst zurückstellen. Ja klar. Hä? Achso, genau. Oh, leu! Oh, oh je, oh je, oh je. Ich glaub, wir müssen mal flott rennen. Ich glaub auch. Da steht nur 2 auf dem Ding. Oh, warte, hier ist ein Körb, ja. Ah, hier muss ein, hier muss ein Dingspunkt rein. Wie macht man denn das Ding an? Das ist eine gute Frage. Hm, hier ist nix. Und hier ist auch nix. Da ist doch der Knopf direkt daneben, Jungen. Hä? Oh ja. Blindfisch. Oh ja. So. Ich glaub, das reicht oder mach ich nochmal. Ah, das reicht, oder? Keine Ahnung. Das sollte reichen. Aber ich glaube, das reicht von der Weite nicht. Ich glaub, wir müssen das einmal verschnellern. Geht das? Nee, kann man nicht, ne? Doch, kann man. Mach dein rotes mal da hin. Hä, was solltet ihr denn bei uns? Das wird schneller. Kommt weiter, oder? Ah, nee. Hä, Leute. Langsamer, weil es ja weiter fliegen muss. Äh, äh. Und? Was ist? Von oben nach unten? Wo bist du? So. Haha. Äh, ja, jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Ich glaub, wir müssen da... Auch noch das... ...zollkent tun. Ja. Glaub ja auch. Nochmal da hinten. Oh ja, toll. Gut gemacht. Ja, reicht aber, glaub ich. So. Jetzt da hin. Äh. Und jetzt da hin. Müsst du mich auch veräppeln, oder? Ja, nein. Achso, ja, von oben wäre auch ne Idee gewesen, ne? Haha. Warte. Noch einmal. Zur Sicherheit. So, jetzt müssen wir da ganz, 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 ganz schnell durchgehen. Ich mach den Abschuss. Ne, warte, eins müssen wir zuerst, hat's Karsen, ne? Ach, ja. So wird Sinn machen, irgendwo. Das heißt, da ist wegspringen, da ist rein. Oder machen wir hier rein. Dann tu mich mal hoch. Ja, jetzt musst du... Genau. Und. Bereit. Und, ja, du musst das Timing achten, ne? My body is ready. Äh, jetzt! Weee! Okay. Das hat nicht gereicht. Dann noch mal zuerst zwei, weil das ist näher, oder? Ja, das ist genau gleich. Das ist genau gleich. Ey, warum hat das nicht gereicht? Hm, lass mich noch mal hoch. Warte, 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 warte. Warte, ich hab ne Idee. Ja, 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 ich hab's auch gerade gemerkt. Aber ich werde da ziemlich schnell. Meinst du, schaust es? Ja, mal gucken. Los. Warte. Jetzt. Ja, das war zu spät. Ja, dann musst du erst Timing achten. Ja, ich hab's auch gemerkt. Hallo? Ich muss mich kurz so schnell, dass ich sehe. Ah, ja! Feuer, easy, Junge! Ex-Pack-Lemits-Crain. Ach so, wir müssen beide, du musst auf das andere. Oh, lol, wie soll ich das? Ah, du musst das von da machen. Ja, warte, draufstehen muss ich ja jetzt gerade ja nicht, oder? Äh, das kommt da rein. Warte, warte, ich hab's falsch gemacht. So, nee, du musst den Abschuss machen. Nee. Doch, weil ich muss ja das Ding dann umsetzen. Ach so, ja, genau. So. So. Nee, warte. Erstens musst du noch hoch. Komm, okay, du kannst den Abschuss nicht machen. Doch, kann ich. Nee, du kommst ja jetzt nicht hoch. Doch, kannst du mich nicht von da aus hochbringen? Du kannst mich da hochbringen. So, ja, stimmt. Ich bin ein bisschen brainhaft, aber da merkt man vielleicht. So. Und jetzt mach... Nee, warte. So, jetzt... Nee, geh nochmal zurück. Äh... Nee, jetzt hast du ja wieder beide da. Warte mal. Ich muss den Abschuss machen. Ja. Und zwar noch da. Bist du da hoch? Warum denn da? Ist doch egal, welche Seite. Ja, ist ja egal, aber ich hab's jetzt hier. Jetzt bringst du mich auf die andere Seite. Ähm. Ja, und jetzt muss ich... Warte mal, du musst ja dann das Portal... Du musst... Du musst deinen Helplaus dann selber setzen. Wann? Einfach über meins drüber, wenn du schnell genug bist. Warte, komm, geh nochmal auf die andere Seite. Du brauchst einfach nur irgendwann schießen. Warte, jetzt mach ich meins. Eins da und eins da. Warte. So. Und wenn du jetzt das hell... Jetzt rennst du einfach so lang durch, bis... Und dann irgendwann setzt du das hellblau. Dann müsstest du doch fliegen, oder? Und ich sag dir, wann. Jetzt. Easy. Das war jetzt eigentlich. Ja, easy. Ein bisschen Überlegung. Für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Hallo. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Die ist frech. Die ist voll frech. Ja. Die ist so frech. Ocula Input. Schaffen wir es diese Runde zu Ende? Habt ihr schon mal Menschen gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Überriechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Voll. Aha. Also hier ist wieder rotes Gel. Was passiert denn, wenn ich Start aufdrücke? Whee! Nix. Doch. Das war schon mit dem Gel. Nochmal. 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 Wenn ihr den Test nicht besteht, befreien wir die Menschen nie. Äh, what are you doing? Wo fängt der Knopf? Fällt da unten so ein Laserding raus. Wir müssen nachher, glaube ich, da die Tür mal abschießen. Aber geh nochmal rüber und spring nochmal durch. Okay. Wo komme ich denn dann hin? Muss ich irgendwas tun? Reicht ja nicht. Okay, Feuer! Nice. Ja, das war super lustig. Ich glaube... Also irgendwie den Würfel da unten holen. Ja, das ist ja kein Problem. Das kann man... Ja, genau. Marisch. Ähm. Hallo Würfel. Ach so, Abhi. Vielleicht musst du mit dem Ding in der Hand da hoch springen zu dem Laser und die dann abschießen. Ja, genau. Und so. Das ist gut. Du so weit. Braucht nix mehr machen. Du musst... Das geht aber nicht. Stimmt, fällt mir grads auf. Mit heiß, wie die das Ding gelaufen. Obelah. Das hab ich voll vergessen. Äh, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja. Das ist die Frage, ne? Du musst... Ne. Kannst du das sich irgendwo hinschießen? Wer denn? Ich muss anfangen? Ähm... Theoretisch möglich. Aber ich muss ja... Ich muss ja deine Portale auch machen. Ja. Schnell genug sein. Du musst den erst los... Du musst den losschießen und wenn der raus ist, sofort mein Portal machen. Ich meine, wenn du den aus demselben schießt, wo der hochfliegt, wo ich dann auch die ganze Zeit hochfliege... Du brauchst ja viel länger. Hm. Als der Würfel. Was ist denn mit dem da oben? Ah, ne, das ist das Ende. Ja, genau. Warte, ich kann... ...den da machen. Und... ...den da. Das war's. Bringt uns, glaub ich, nix viel. Nö. Ähm. Gieß den doch mal aus demselben Portal raus. Warte, ich schieß den jetzt einfach mal so, um zu testen, wie hoch der da fliegt. Warte, mach eins unten auf den Boden. Wie gar nicht. Wie gar nicht. Oh lol, jetzt werde ich fast runtergerufen. So, guck. Ja. Ja, jetzt hampelt der da hin und her, toll. Ja, aber das macht ja nix. Wenn der jetzt gleich in der Luft ist... Warte, du sagst mir, wenn ich losrennen muss. Ich muss nur gleichzeitig mit dem in derselben Luft sein. Also in derselben Seite sein. Okay. Ja, mach mal. Okay, der Spatzhund... Nö. Das war kacke. Ich muss... Der Würfel war noch nicht durch. Geh nochmal hoch. Warte. Warte, das so. Ah, ja. Du darfst nicht nach vorne gehen. Oh, hab ich das? Sorry. Wollt ihr mich testen? Aber jetzt haben wir schon mal ne Idee. Hast du den Würfel? Warte. Schieße mich einfach mal zum Würfel. Juhu. Der Würfel kommt. Achso, oh lord. Alter, ich bin so... Brain-up-K heute. Ist furchtbar. Was ist denn los? Echt furchtbar. Ja, keine Ahnung. Achso, warte mal. Theoretisch kann ich dir den ja... Also entgegenschießen. Oder? Ja, kannst du. Aber das bringt nicht viel. Warte. Auf los. So, das war jetzt nur das Falsche, ne? Warte, bleib drinnen einfach. Bleib drinnen. Achso. Bin ja doof. Bin nicht zu doof. Zum Kacken heute. Warte. Nochmal gleich. Und? Und go. Was machst du? Pennen, weil ich dir zuguck. Warte. Nochmal. Okay, und? Los. Einer. Ja, hast du alles. Ja, ist ja gut. Äh. Ja, ich schieße mich rüber, jung. Quats. Hey. Sorry. Muss ich schieben. Warum bin ich? Warte. Ja, war du's. Ach. Junge. So. Hallo. Ja, und jetzt. Einer kann jetzt einfach so rüberfliegen. Ja, das mach ich. Der andere. Sehen wir dann. Schieße mich mal rüber. Okay, warte. Oh, kannst. Achso, nee. Du kannst die beiden Portale ja selber machen, ne? Äh, ja. Hast du? Jo. Huiiii. Du Neverland. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Sind wir auch schon so aufgeregt? Ja, total. Ja, total aufgeregt und so aufgeregt. So aufgeregt. Aufgeregt. Oder so. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ja. Ja. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Nice. Boah, sogar subtrahieren. Cool. Oh, nee, warte. Das war dumm. Machen wir mal. Nein. Was ist das da? Du tust dein kackt Ding weg. Röger, baum einen Knopf. Ich weiß nicht, wieso ich das tue. Aber ich kann es. Deswegen ist es Lust. Mach mal dein Portal da oben. Hey, guck mal, ich hab noch diese Spur. Nee, du musst die zwei Portale machen. Warte, hier ist noch ein Knöpp hier. Ach, hier fällt ein Crew raus. Den musst du fangen. Und was ist das da? Wo fall ich damit hin? Hä, was war das? Warte kurz. Ja, hier ist es hochgegangen. Achso, das ist auf Zeit. Hm. Da müssen wir das Roto drauf machen. Damit du genug Zeit hast. Ja. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das? Ja. Ganz ehrlich. Mach mal da oben dein blaues. Achso, hast du es schon. Warum tust du das? Ich dachte, da oben kann man was Rotes hinmachen. Kann man aber nicht. Ähm. Ja, ne. Kann man nicht. Ja, ich hab geguckt, ob man so weit so hoch wopsen kann. Ja, genau. Dann musst du da oben rausfliegen. Kannst du selber, oder? Ja, ja. Okay, los. Du musst halt die Brücke hoch machen, oder? Ja, 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 ja. Fang du mal an, Speed zu machen. Ich sag dir, wenn sie oben ist. Okay. Äh. Dumm. Äh, der fällt ja gar nicht hier drauf. Hey. Ja, du hättest ihn doch aufheben können. Hä? Du hättest ihn einfach nehmen können und wieder zurücklaufen. Nein. Doch. Ah, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ich sag ja, ich bin heute Brainer auf K. Sorry. Ähm. Ja, das Ganze nochmal. Warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh. Hey. Druck aufs Körb hier. Lauf. Warte. Warte, dass euer'? Warte, warte. Warte, warte. Oh, leute. Warte, warte. Ja, sorry, Leute. Ich bin ein bisschen ... Junge, Mann, it's though. Ja, keine Ahnung. Ja, nochmal von vorne. jetzt gibt es nur schon umsakkel drücke steht okay jetzt kennt sie ja bitte laufen okay die meisten sind gute testsubjekte die meisten ich glaube auf eine million gute testsubjekte kommt etwa ein monster wir sind jetzt 20 minuten machen wir jetzt noch fertig ja ich weiß nicht lange folge oder machen wir eine final folge aber gönnen wir uns eine lange oder bitte ja komm eine lange als bloß ich weiß halt nicht wie lange das ende dauert ne so weit habe ich den code nie gespielt hm ich habe das generell noch nie gespielt ich weiß gar nicht ob das wirklich dann zu ende ist danach oder nicht ja das sehen wir ja dann wenn nicht dann gibt es halt einfach so eine lange folge die menschenkammer liegt gleich hinter der öffnung die tür öffnet sich nicht obwohl ich den code eingegeben habe ihr müsst nun also das manuelle schließsystem direkt an der tür bearbeiten das ist aber auch der klotz weg da hinten kommt auch das gel raus wie komme ich denn da rein ja mit dem blauen zeug hier ach ja ich mache schon das schaue ich nie doch schaue ich wohl easy ohja du musst da hinten ne da bringt auch nichts doch guck du kannst jetzt da hinten ah ok dann musst du das hier und go hallo ok ja das ist gut war da oben noch uuuhu ja ups junge hahaha das reicht aber enttäuscht mich nicht findet die tür zu und go uuund kammer nice easy äh 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 hier geht es nicht lang oh nice warte ich will erstmal so rum wir haben noch nichts zum abspringen hehehe 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 ok dann ist das zum abspringen ist hier wahrscheinlich wahrscheinlich ne warte mal ich bin hier ah warte 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 du machst dein rotes nochmal da unten mach dein rotes da unten ja wo bist du ah hier hast du da rotes jetzt gefunden na gut jetzt müssen wir wieder zurück hehehe geh mal was schneller junge nix ähm seite da hehehe gelb und tschüss tschüss huiii batz hehehe das ist die tür thank you oh hehehe glaub die glaub gleich das ist von uns am behumsen ne was hier ist ein exit aber da komm ich nicht rein hier ist rotes zeugs hier muss man schon mal hoch wo bist du ey wo bist du war da wo bist du da reingekommen hier ist da oben sind overdrive und dinge overdrive die müssen wir anmachen wahrscheinlich hehehe geil du 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 hier ist rotes zeug ach so das bringt nix du musst das von da aus machen ja auch und jetzt kann man da dann schieß du neverland ähm ok ja du musst das machen du musst aber oben dann ein portal machen ne genau dann hier am besten eins da sind die obertvives zwei hm aha ja da muss irgendwas hin schlappern ne kannst du da runter gehen ja und 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 geht es jo kommt schon gut aber jetzt wofür brauchen wir den das ist ne gute frage gerade ganz kurz ich hab ne idee ne ne das bringt auch nix ich geh mal grad gucken hier ist ein pfeil da rechts ist da rechts ist wo hinten sind irgendwie dinge oder ne 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 nicht so weit rechts da wo der pfeil ist äh hier da hinten ahja frage jetzt wo kommst du da hin sehen wir jetzt nirgends guck mal nach oben da hier oh da ist ja grad sowas zugegangen oder so warte ich muss mich hier durch Ach hier gehen die Dinger hoch. Ach du hättest, komm nochmal zurück, du musst mich zuerst wieder nach oben holen. Okay. Du bleibst hier Cube. Wo bist du? Ja gut, immer da unten. Wohin? Egal wo, einfach nach oben. Ne auf die andere Seite, aber das kann ich jetzt selber machen. So jetzt gehst du wieder den Cube Dingsen, weil du machst nämlich hier die Dinger hoch. Ah ok. Ich will mal sagen, wenn ich das nächste machen will. Ja nächstes. Und nächstes. Ja. Muss man sich jetzt tun? Ähm. Was ist passiert, wenn ich jetzt loslasse? Ist wieder ausgegangen. Ich glaube wir müssen beide hier in den Soldaten gehen. Warte. Was passiert, wenn ich hier was mache? Warte, dann bleib mal, guck mal dahin. Ja hier gehen die Dinger hoch. Ja jetzt, kannst du das machen. Ich hab die schon angemacht, Junge. Ach so. Aber das hilft nichts. Wir sind wieder ausgegangen. Hä, warum? Warte mal, ich hab ne Idee. Ah, guck mal. Oh, dann ist der Cube runtergefallen. Hm. Hä, hä, hä. Okay, das heißt du musst einen neuen holen. Ja. Ja, das heißt du musst den Cube dahin werfen und dann hochkommen und dann schnell hier rüber rennen. Jetzt brauche ich nochmal rote Kacke. Einshaft? Ja. Ja. Ja, warte ich rum. Alles auf anfangen. Ja. Hä, hä. Wir müssen das wahrscheinlich gleichzeitig anmachen. Ja, klar. Ah, das ist ja mega der Dreck. Entschuldigung. Holst du mich noch hoch? Hä, warte kurz. Ich muss erstmal kurz den Cube ablegen. So, der Cube liegt an der richtigen Stelle. Schwupps. Äh. Kannst du durchkommen. So. Ähm. So, jetzt warte kurz. Jetzt werbe ich den Cube rein und dann rennen wir ganz schnell los. Ja. Eins, zwei. Los. Nein, warte. Los. Ah. Ich mach das linke. Okay. Bist du da? Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Oder? Klingt gut. Ja, ich glaub schon. Klingt gut. Aha. Guck mal her. Ich schätze mal, da wirst du einfach rüber, ne? Wiii. Juhu. Jetzt ja auch mal. Hui. Oh. Ach, da muss man noch das blaue anmachen. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Ja. Chill doch mal. Aber wie macht man denn das blaue an? Das ist ne gute Frage. Hast du nur einen Crop gesehen? Achso, warte mal. In die andere Richtung sind wir noch gar nicht gegangen, oder? Ah ja, stimmt. Ups. Ah, die Tür war vorher auch nicht offen. Ah, hier kommt blaues. Okay. Hier kann man hin und her springen. Aber zuerst müssen wir wahrscheinlich... ... die Tür als Werk machen. Genau. Aber wie? Ähm. Da unten in... Jetzt, mach du mal! Ja, aber wie komm ich denn da hin? Nee, warte. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach springe? Scheiß mal drauf. Hui. Ja, das ist halt schon mal. Hä, bin ich. Ah, hier, warte mal. Warte, ich komm zu dir. So. Ähm. Wir kommen erstmal... Wir kommen erstmal hier rein. Jetzt mach mal da oben und unter das blaue. So. Also da und da. Und wenn das in dem Ding drin ist, dann kannst du durchgehen und das... Nee, kannst du nicht. Ja. Doch, du kannst dich doch, doch, doch. Mach mal. Mach mal das blaue an. Ja, du musst deinen Hellblast noch machen. So. Und jetzt stellst du dich hier drauf. Du bist nochmal zurückgegangen. Mach schnell. Hä? Ja, du bist nochmal zurückgegangen. So. So. Jetzt kannst du durch. Jetzt da und da hinten. Genau. Dann muss ich es loslassen, wenn es über den Dingern ist. Ja, ich springe einfach vom Ding runter, oder? Geht? Ja. Jetzt. Hehehe. Huiii. Alter. Guck mal. Nice. Naja. Ardi. Ah! Wuhu. Ardi hopp. 360. No Scope. Huiii. Oh, läuft. Oha. Ach, ich weiß. Ich weiß. Warte. Nö. Das war es nicht. Ja, aber das muss doch so sein. Du hast geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Ja, ist ja gut jetzt. Hä? Wo bist denn du gerade gelandet? Im Wasser. In der Mitte. In der Wand. Vorher an der Wand, oder? Jaja, klar. Aber da geht es ja auch irgendwo hin. Ich dachte, da kommt man irgendwo hin. Doch, da kommt man wohl. Da müssen wir sogar hin. Ja, ich bin aber nicht schnell genug geworden. Hm. Mach du mal. Kann man hier ein Portal machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du auf dem Kings stehst. Leicht. Nee, da dreht sich aber nichts. Nee. Nee. Hm. Das geht wirklich nicht. Sag ich ja. Ähm. Vielleicht müssen wir... Ah, guck mal. Da können wir rausfliegen. Ach, warte mal. Können wir ja so machen. Wer ist denn da mit? Was? Warte kurz. Wie denn? So, ja, lass doch noch ads. Höh! Höh! Genau, das ist gut. Und jetzt muss ich da aber irgendwie reinfliegen, ne? Ja, so und dann da rein. Ja, gut. Warte. Ne, das geht sich auch nicht aus. Ah, doch. Geht sich aus. Ha! Sehr gut. So. Das Problem ist jetzt, bist du da oben. Was kannst du machen? Knopf drücken. Ich hab das blau aktiviert. Wir sind fertig. Komm zurück, mein Schatz! Okay. Heva! 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 Warte auf dich bei der großen Trommel! Ja, bitte! Boing, 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 boing! Uh! Ha! Dupti, dupti, dupti! Und go! Oh! Trotz! Da stimmt was nicht. Die Tür soll... Hehehe! Ha! Geschafft! Oh, Katzi! Oh! 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 Oh mein Gott, sind dicke Arme! Ja, das ist die Tür, das ist die aus Puddel 2. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Das Testen hat sich gelohnt. Sind das dann die Menschen, die benutzt werden, oder was? Scheinbar. Nun zur Wissenschaft. Äh, dann spielt das nicht nach während Portal 2, sondern vor Portal 2. Obwohl, ne, in Portal 2 sind die doch in diesen Kackräumen. Mhm. Versteh das nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir es dann mal durchgespielt. So, ein letztes Mal. Ah, das krieg ich. Retter der Wissenschaftler. Sehen wir die Akten ein. Kein Teamplayer. Soziale Inkompetenz. Hä? Ist undiszipliniert. Teilt nie. Schläf nur. Das bin ich. Ben ihn, glaub ich. Schlechter Zuhörer. Häufiges nicht erscheinen. Das war ich. Plappermaul. Oh, hast Montage. Da ist dieses wiese Ding. Flampig. Wollen wir eigentlich rumgucken? Nö. Unsicher. Zauderer. Kryptisch. Immer zu spät. Immer schlecht gelaunt. Hat der da? Bist der? Ja, los. Märtyrer. Launisch. Mein Gott, wie lang geht denn dat? Ja, da. Hat Angst vor Nähe. Plötzlich ist was vorne auf der Tasse steht. Neu. I need a hug. Ängstlich. Apropos Kasse, wenn er dieserweil er geht, dann trink ich mir erstmal Kaffee. Aggressiv. Das mag ich. Das mag ich. Das mag ich. Das mag ich. Schüchtern. Liebt Schadenfreude. Liebt Schadenfreude. Ist das da jetzt einfach irgendwelche random Namen, oder? Ne, das sind die Cravets. Ja, ne? Alle alphabetisch geordnet. Witzig. Unterscheckt Arbeitsumfang. Tun sie alle. Bewegt Lippen beim Lesen. Wie viele fucking Japs es gerade eben gab. Meine Mitge. Kein Mitgefühl. Betrüger. Ja, wie fandst du es denn? Weil ich mein, Credits gucken ist zwar schon gut, ne? Ja, aber. Schau und Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Cool fand ich es. Natürlich, Portal ist immer geil. Portal macht Spaß. Ja. Wer hätte noch immer so angegriffen, ich bin jetzt schon wieder dabei gewesen zwischendurch und mir irgendwelche Easter Eggs anzugucken und mir die Story nochmal einzublöden. Das sind auch viele Leute, die da gearbeitet haben, mein Gott. Lohnt. Kennst du die Theorie darüber, dass in den Companion Cubes Menschen sind? Ne. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Das ist mega ekelhaft. Hey, da war klar was. Das ist der kleine Faggot. Ach, das sind die Synchronsprecher. Ja. Ja. Ja, die Musik. Once you're gone. Es ist Hit überhaupt. die dick u sehr schön fünf ich will dort die ins kiellose jetzt geht er los jung wird die natürlich auch Florida die an alle die noch zu erinnern und alle die da noch da sind weil ich glaube wenn nicht so viele sein in this which one center activity okay das was vollwert das was vollwert ja so schön was ich was lustig das war sehr lustig ich weiß zwar jetzt immer noch nicht genau wo die story platz hat aber so eine an alle die v2 noch nicht haben die 23 die vorten das ist super das ist echt und auch das single player natürlich dessen der single player ist besser finde ich ansager ja dann ich hoffe es hat euch gefallen uns haben wir hier ja uns hat es auf jeden fall gefallen was war noch mal hier was noch platz uns doch ein däumchen da waren diese challenges die machen wir vielleicht vielleicht auch nicht auch ja was denn das für challenges keine ahnung weiß ich hab ich noch nie gemacht ich auch nicht wenn es euch gefallen hat lasst doch ein däumchen da vielleicht habt ihr ein anderes spiel was mal so co puzzle oder sowas ohja groß machen könnten schreibt einfach in die kommentare falls euch was einfällt genau und dann wir sehen uns in den anderen videos beziehungsweise hören ja gut bis dann bis dann einmal winken einmal winken genau das gehört dazu tschüssi tschüssi tschüssi